Seit Mittwoch haben wir einen neuen Papst. Es ist Kardinal Bergoglio aus Argentinien. Bischof Norbert Trelle, hat Sie diese Wahl überrascht? Ich war sehr überrascht und sehr erfreut. Auch, dass es ein Papst aus einem nicht-europäischen Land war oder ist. Das ist eine großartige Erfahrung jetzt der Kirche. Es eröffnet viele Perspektiven der Hoffnung. Sie haben ja den Papst nun auch bei seinem ersten Auftritt auf dem Petersplatz gesehen. Wie schätzen Sie ihn ein? Ich schätze ihn so ein als einen Menschen mit einer großen Begabung zu leiten, die aus seiner Demut, seiner Frömmigkeit, aber auch seiner großen theologischen Erfahrung und Kompetenz herrührt. Er wird ein Papst sein, der uns auch noch einmal auf die Grundlagen unseres Glaubens verweist. Stichwort auf der Seite der Armen. In Buenos Aires nannte man den Kardinal der Armen. Sein Lebensstil war davon geprägt. Also wenn da etwas auch dann sich verändert in den Formen, in denen ja auch unsere Inhalte übertragen, bezeugt werden, das wäre schon großartig. Was wünschen Sie sich denn von dem neuen Papst? Einmal allgemein, aber auch für das Bistum Hildesheim? Dass dieser Papst in einer guten Weise folgend auf Benedikt das tut, was jeder Papst tun soll und muss, die Brüder und Schwestern im Glauben zu stärken, ihre Hoffnung zu stärken, dass in dieser Kirche Christus lebt und dass unter der Führung des Heiligen Geistes diese Kirche in der Welt, nicht irgendwo neben der Welt, sondern bei den Menschen und gerade bei den Armen eine Botschafterin des Friedens und der Versöhnung sein soll. Ich glaube, das wird dieser Papst tun, die Konflikte in der Kirche und außerhalb der Kirche anschauen und Wege aufzuzeigen, wie diese Konflikte, so sie die Menschen so zerreißen und auch innerlich immer unruhiger sein lassen, zu lösen sind. Ja, wissen Sie denn schon, ob und wann Sie den neuen Papst auch persönlich treffen werden? Nein, das weiß ich noch nicht, aber am wahrscheinlichsten ist es bei, aus Anlass des sogenannten Adlimina-Besuchs, der ja jetzt in absehbarer Zukunft stattfinden müsste, aber es kann sein, nächstes Jahr vielleicht. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf. Ich bin ganz erfüllt von Freude und Begeisterung, dass nach so einigen Wahlgängen nur schon ein neuer Papst uns geschenkt wird, auf den sich viele Hoffnungen konzentrieren und der mit unserem Gebet rechnen darf. Welche Wünsche geben Sie denn dem neuen Papst jetzt mit auf den Weg? Das wünsche ich ihm sehr, dass er mit seiner ganz persönlichen Erfahrung, die er als Bischof in Argentinien hat sammeln können, als Seelsorger, das bleibt für die Kirche. Der erste Seelsorger, der Oberhirte, der der seiner Herde die Kirche gut im Glauben stärkt und ihre Nöte sieht und diese Nöte auch zu einer Lösung führt. Vielen Dank, Bischof Trelle.